Ich bin jetzt quasi direkt am Hintereingang der Feuerwehr und gehe rein. Ja, ok. Bist du hier drin in der Feuerwehr? Nein. Da ist ein Spieler drin. Ich bin jetzt drin. Nice. Auch einer mit Mosin. Krass. Du lootest, ich bin wach. Machst du die Tür zu, die kleine? Hier steht noch einer, hier ist noch einer. Vorsicht, ich bin tot. Ey, bei mir hat noch geruckelt. Der kommt noch von außen, der steht von außen an der Mauer. Von vorn oder hinten? Hinten, hinten, hinten. Leht nach. Ja, der steht direkt rechts an der Tür. Machst du da, ich guck die großen Tore. Okay, gut. Du hast meinen Rücken, ne? Ja. Ja, der hat eine Shotgun. Da ist noch einer, da ist noch einer an der Treppe. An der Treppe. Warte, den hole ich mir. Guckt auf die Türen, guckt auf die Türen. Ich muss nachladen. Er ist tot. Ja. Gut, ich habe wieder die kleine Tür. Ich verbinde mich kurz. Ja. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Jawohl. Nice, 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 nice. Das ist der aber nicht, der hat keine Shotgun. Doch, der hat eine Shotgun. Oh, geiler Scheiß, Alter. Oh, meine Herz. Oh, der war so fell wieder. Aber ich bin komisch.